Herr Güros, den verstehen die Menschen ja nicht, wenn sie sagen, der Staat kann nicht mehr ausgeben, als er einnimmt. Auf Dauer nicht. Auf Dauer nicht, nein. Aber wer tut das denn in der Volkswirtschaft? Irgendeiner muss es doch tun, denn die privaten Haushalte sparen doch komischerweise. Österreich sparen auch die Unternehmen. So, der Staat spart jetzt auch. Ja, was passiert denn mit diesen Ersparnissen? Was passiert denn mit denen? Die liegen auf der Bank oder was? Da passiert nichts mit. Da muss sich doch einer verschulden. Einer muss diese Ersparnisse nehmen und muss sie ausgeben in dieser Welt. Das ist so. Das ist logisch. Das ist die einzige Logik, die es gibt. Und das müssen Sie zur Kenntnis nehmen. Und wissen Sie, was Österreich und Deutschland tun? Die warten darauf, dass das Ausland sich verschuldet. Ja. Deutschland und Österreich warten darauf, dass das Ausland sich immer verschuldet. Deutschland braucht in diesem Jahr 220 Milliarden neue Schulden des Auslandes, damit es 1,5 Prozent Wachstum haben kann. Und Frau Merkel sagt, aber wir wollen Wachstum ohne Schulden. Ganz ohne Schulden. Ist aber gelogen. 220 Milliarden neue Schulden. Und Österreich braucht auch, ich weiß nicht, wie hoch ist der Leistungsplatzüberschuss? 30, 40 Milliarden. Neue Schulden des Auslandes, damit es so wirtschaften kann, wie es wirtschaften kann. Nur das kann ja nicht funktionieren. Warum soll das Ausland immer Schulden machen und die Österreicher und Deutschen sparen immer wie die Narren? Das kann nicht funktionieren. Und dann sagen wir denen, die Schulden machen, die wir brauchen, die Schulden, damit unsere Wirtschaft überhaupt funktioniert. Denen sagen wir dann, ihr müsst aber jetzt, ihr seid die Bösen, ihr habt alles falsch gemacht und ihr müsst die Schulden zurückzahlen. Das ist vollkommen absurd. We agree to disagree. Schauen Sie, Sie sind der Meinung, ein Staat soll permanent Schulden machen, offenbar? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Sie müssen über die gesamte Volkswirtschaft reden. Sie dürfen nicht auf den Staat wie auf die schwäbische Hausfrau gucken. Sie können im Idealfall zollen dann auch noch die anderen Staaten für diese Schulden. Das ist Ihre Position. Meine Position ist eine andere. Meine Position ist, dass es nicht auf Dauer geht, Schulden zu machen und diese Schulden auch nicht laufend zu tilgen. Wer macht denn die Schulden für die Ersparnisse, die dagegenpaart sind, sozusagen der Ersparnisse der privaten Haushalte in Deutschland und Österreich? Wer macht denn diese Schulden? Muss sich keiner verschulden, oder was? Dann können wir die Diskussion hier beenden, weil dann ist es sinnlos. Und ich muss auch als Haushalt, ob öffentlich oder privat, im Stande sein. Wer macht denn die Schulden? Schauen Sie, ich muss als privater Haushalt, genauso wie als öffentlicher Haushalt, auch im Stande sein, diese Schulden zu tilgen. Herr Ammann, aber da sind wir ja am Punkt. Ich möchte jetzt nochmal nachfragen, was ich vorher gefragt habe. Griechenland ist offensichtlich, und das ist ja durchgerechnet, die Zahlen liegen am Tisch. Da sind sehr viele Ökonomen des Internationalen Währungsfonds jetzt dahinter gesessen. Und es ist ganz klar, dass Griechenland die Schulden nicht zahlen wird können. In Wirklichkeit war schon 2010 klar, dass das nicht funktionieren wird. Man hat Griechenland trotzdem gerettet, was sich jetzt als großer Fehler herausstellt. Aber man hat es gemacht. Soll man jetzt alles, diese nicht bezahlbaren Schulden, trotzdem noch dem griechischen Staat, dem griechischen Volk umhängen? Oder ist jetzt irgendwann mal dieser Schuldenschnitt, den ja der IWF, also zwei der Geldgeber fordern ja an den Schuldenschnitt. Das ist ja eine entscheidende Frage. Wie geht es weiter? Genau. Das ist, glaube ich, schon eine entscheidende Frage. Will man Griechenland im Euro halten? Oder ist man bereit, dieses Risiko einzugehen, Griechenland förmlich aus dem Euro zu drängen? Das ist eine sehr wesentliche Frage, glaube ich, für ganz Europa und für alle Euro-Länder. Wie ist da Ihre Position? Weil das ist ja unklar derzeit in Europa. Ich glaube, dass das eine Frage auch der Gespräche jetzt und der Verhandlungen ist. Bisher waren ja die Maßnahmen, die gesetzt worden sind, nicht gerade vertrauensbildend in diese Richtung. Denn irgendwie ist es ja auch eine Frage der Risikoabwägung. Was ist das größere Risiko? Weiterhin in ein Fass ohne Boden Geld zu pumpen oder das Risiko zu nehmen, sozusagen Griechenland nicht im Euro zu halten. Ich würde mir wünschen, dass man zu Ergebnissen kommt, die es ermöglichen, dass Griechenland im Euro bleiben kann. Dass es glaubwürdige Programme gibt, die man umsetzen kann, die natürlich auch in erster Linie Effekte etwa im Arbeitsmarkt haben müssen. Es geht ja auch darum, dass wir Investitionen dort haben für Betriebe, für Unternehmen, vor allem im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen. Dass es wieder Arbeitsplätze gibt, dass damit wieder Gehälter bezahlt werden, dass eine Perspektive entsteht. Aber dazu brauchen wir auch einen funktionierenden Staat. Dazu brauchen wir funktionierende Finanzbehörden, die die Steuern ordentlich einheben. Und es gibt ja mittlerweile auch außerhalb Griechenlands interessante Initiativen von griechischen Unternehmern, die auch bereit sind, zurückzugehen, wenn sie sehen, dass sich hier etwas Positives entwickelt. Herr Giros, das heißt also, der Herr Ammann sagt, wenn diese Programme, Sie sagen, wenn diese Programme, wie Sie jetzt die Geldgeber fordern, dann wird es auch zu Wachstum führen. Ist das nicht etwas, das man annehmen sollte als Griechenland, wenn man im Euro bleiben will? Ich meine, jeder will Programme, die Arbeit schaffen, jeder will Investitionen, jeder will einen funktionierenden Staat. Und das Problem ist, dass durch diese Programme, fünf Jahre lang, es ist eigentlich nichts passiert in dieser Richtung. Es ist genau das, was der Herr Flasberg sagt. Es war eine falsche Medizin. Die griechische Regierung, diese griechische Regierung ist gewählt worden, weil sie gesagt hat, diese Medizin ist falsch. Ich meine, wir reden zum Beispiel... Können Sie so ein bisschen schildern, was ist da passiert aus den griechischen Bereichen? 30 Prozent weniger Bruttoinlandbruttoinland. Lohnsinn. Wir haben eineinhalb Millionen Arbeitslose, wir haben 200.000 junge Leute, die nach Ausland ausgewandert sind, um einen Job zu finden. Man redet zum Beispiel heute vom Rentensystem, vom Sozialversicherungssystem. Wie kannst du ein Sozialversicherungssystem finanzieren mit zwei Millionen Arbeitslosen, die keine Beiträge zahlen können? Das ist unmöglich. Das heißt, um diese langfristigen Reformen irgendwie durchzubringen, man muss zuerst den Arbeitsmarkt irgendwie zu einer gewissen Ruhe, zu einer gewissen Ordnung bringen. Da muss Arbeit geschaffen werden. Und das war das Problem. Es sind keine Investitionen gekommen. Es ist kein funktionierendes Steuersystem gemacht worden in diesen fünf Jahren, obwohl der IWF vom Anfang an gesagt hat, wir brauchen ein funktionierendes Steuersystem. Und diese Regierung hat versprochen, wir wollen das machen. Nur, du kannst nicht ein Steuersystem innerhalb von drei, vier Monaten schaffen, vor allem wenn du dauernd zwischen Athen und Brüssel reist, weil du Verhandlungen hast und nach Ultimatum bekommst von Brasil. Da muss man ein bisschen Zeit lassen, da muss man irgendwie einen größeren, einen längeren Horizont haben, damit man auch zeigen kann, ob man den Willen und die Fähigkeit hat, diese Reformen durchzubringen. Und das ist, was ich sage. Diese Regierung hatte noch keine Luft, um das zu probieren und zu zeigen. Darf ich nochmal zum Arbeitsmarkt, damit wir das nochmal klar kriegen, dass die Leute das verstehen. Man versteht es ja nicht. Der normale Troika-Ökonom und die konservativen Parteien in Europa waren fest davon überzeugt, wenn man den Arbeitsmarkt flexibilisiert, das nennen sie Flexibilisieren oder Strukturreform am Arbeitsmarkt. Und sie haben dann gesagt, ihr müsst die Löhne senken, um wettbewerbsfähig zu werden, hat Frau Merkel allen vorgesagt. Und Griechenland hat es gemacht, Spanien hat es gemacht, Portugal hat es gemacht. Nur was war das Ergebnis? Der normale, neoklassische, neoliberale Ökonom glaubt, wenn man die Löhne senkt, dann ist es wie am Kartoffelmarkt. Wenn man das Zeug billiger macht, dann wird mehr davon nachgefragt. Also müsste die Arbeitslosigkeit sinken und die Beschäftigung steigen. Komischerweise ist genau das Gegenteil passiert. Genau das Gegenteil ist passiert. Und die Herren und Damen in diesen Institutionen haben es fundamental falsch gemacht. Es ist mir merkenswert, dass Sie das sagen. Es war gerade der Bundeskanzler Schröder, der am massivsten in den Arbeitsmarkt hineingegangen ist. Er hat es ja versaut. Aber das Ergebnis spricht für sich. Nein, das spricht nicht für sich. Er spricht dafür, dass er Europa kaputt gemacht hat. Das ist passiert. Er hat genau das gemacht. Er hat die Löhne gesenkt. Die anderen haben geschlafen in Europa, das stimmt. Und Deutschland hat seine Arbeitslosigkeit exportiert. Hat heute die niedrigste Arbeitslosigkeit. Ja, es hat sie exportiert, Herr Amon. Es hat sie exportiert. Das kann natürlich jetzt jeder machen. Wir exportieren alle unsere Arbeitslosigkeit. Vielleicht auf den Mars oder die Venus, wenn wir sonst nichts mehr haben. Wohin exportieren wir sie denn? Das ist doch lächerlich zu sagen. Weil Deutschland das gemacht hat, können das jetzt alle wiederholen. Soll Frankreich jetzt seine Arbeitslosigkeit nach Deutschland exportieren? Dann senken die die Löhne noch stärker, als sie Deutschland gesenkt hat. Und dann machen wir das immer so weiter. Und Österreich kann seine Löhne dann halbieren. Vielleicht hilft ja, um die Arbeitslosigkeit zu beseitern. Nein, es hilft eben nicht, weil diese ganze Theorie falsch ist. Sehen Sie, sie sitzen einer falschen Theorie auf. Die ganzen konservativen Parteien Europas sitzen einer fundamental falschen Theorie auf. Sie wollen das nur nicht glauben, weil sie lieber an die schwäbische Hausfrau glauben. Und ihr Mikro-Umfeld... Sie schaut auf ihren Haushalt nämlich meistens gut. Genau, ja, sehen Sie. Die schwäbische Hausfrau. Ja, und da ist es läuft genau verkehrt. Sie hat ihren Haushalt meistens im Griff. Ja, genau. Aber wenn man mit Ideologie Wirtschaftspolitik macht, dann hat man die Ergebnisse wie jetzt in Griechen. Was war denn die Ideologie daran? Die schwäbische Frau ist Ideologie. Die Ideologie war doch auf der Seite der Troika. Die Ideologie war, wenn man die Löhne senkt, wird es die Arbeitslosigkeit beseitigen. Was passiert ist? Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Das muss man doch zur Kenntnis nehmen. Ist das nicht Ideologie, wenn Sie nach fünf Jahren, Sie machen ein Programm, Sie folgen einem Programm fünf Jahre lang und das Programm bringt keine Ergebnisse und Sie bestehen darauf, ich mache weiter. Ist das nicht Ideologie? Nein. Ist das nicht Obsession? Ich brauche jetzt noch eine kurze Antwort, Herr Agirus, von Ihnen, weil wir machen dann eine Pause, eine Antwort jetzt und Sie können danach weitersprechen, bitte. Ich glaube, es haben glaubwürdige Gegenvorschläge auch gefehlt. Und ich habe es nicht ideologisch angelegt. Ich habe auch nicht gesagt, die jetzige Regierung ist schuld daran. Ich habe gesagt, diese Entwicklung haben wir seit 20 Jahren mindestens. Und da haben Sozialdemokraten genauso regiert wie Konservative. Österreich hat auch Schulden gemacht in all diesen 20 Jahren. Sie haben nicht 20 Jahre überschuldet. In den ersten zehn Jahren der Währungsunion ist Griechenland mehr gewachsen als jedes andere Land in Europa. So, Herr Blastow, wir werden das gleich klären. Herr Amund, Sie sind dann gleich wieder dran. Bleiben Sie dran. Wir sind nach einer kurzen Pause zurück. Bleiben Sie dran, Herr Brun Konter. Interessant, was er gesagt hat, die Leute, die es noch nicht erwischt hat. Wenn man die Ergebnisse von gestern beobachtet, man wird sehen, in den ärmeren Gegenden, es gibt 75 Prozent, die haben mit Nein gestimmt, also gegen die Troika und so weiter. Und in den reichen Gegenden haben in manchen mit 60 Prozent für Ja gestimmt. Das heißt, diese Politik der letzten fünf Jahre hat die Ärmeren noch ärmer und die Reicheren noch reicher gemacht. Korrekt. Und das ist genau die Zukunft für Europa. Was in Griechenland passiert, könnte in manchen Jahren auch in Österreich oder in anderen Ländern Europas passieren. Also diese Diskrepanz zwischen Arm und Reich wird immer größer. Das, glaube ich, ist nicht gut für Europa. Und vor allem die Mittelklasse, die Mittelklasse, die immer eine Stütze der Gesellschaft, eine Stütze der Parteien auch war, die wird eliminiert. Nicht nur in Griechenland, in vielen Ländern Europas. Und das ist die Gefahr. Und deswegen sehen wir auch viele extremen politische Tendenzen in vielen Ländern Europas. Weil diese Mittelklasse ist in Gefahr, sie wird eliminiert.